Moin Leute, ich bin wieder in Italien. Gestern habt ihr gesehen heute. Wir sind jetzt morgen schon selber, es fühlt sich gut. Jetzt lasse ich mal den hier laufen, den berichten. Wir gehen hinaus, wir haben das Schlafen noch. Fällt es übrigens draußen aus, wenn es Tag ist? Man sieht mich ja nicht gut. Und jetzt kommt der finale Moment. Hallo. Moin. Wollt ihr? Da spricht nur alles nach. Ciao.